Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über lineare Algebra und zuallererst möchte ich all den Menschen danken, die diesen Kanal auf Steady oder Paypal unterstützen. Nun im folgenden seht ihr eine Fragestunde, genannt Hörsaalübung, die ich im Sommersemester 2020 gehalten habe. Dies habe ich von zu Hause über Zoom gemacht, sodass ich die Veranstaltung auch leicht aufnehmen konnte. Und da die Themen für viele interessant sein können, gibt es das Video nun auch hier auf YouTube. Viel Spaß. Gut, so, dann hallo, willkommen zur sechsten Hörsaalübung in der lineare Algebra 2. Ihr seht, wir sind so langsam im Endspurt, denn das ist schon wirklich schon die vorletzte Hörsaalübung in diesem Semester. Von daher sehr schön, dass ihr da seid. Ihr könnt gerne Hallo im Chat sagen, dann sehe ich, dass ihr da seid und mich hört. Und ansonsten, Dennis ist auch wieder da und er behält den Chat im Blick, denke ich mal. Oder Dennis? Hallo. Ja, hallo. Sehr gut. So, ja. Ja, schreibt einfach in den Chat. Schreibt bitte, was ihr sehen wollt. Ich habe das Thema schon mal angelegt. Wir machen hauptsächlich Matrix-Zerlegung bzw. Matrix-Faktorisierung, wie ihr hier im Skript seht. Das sind sehr viele. Wir machen auch nicht alle, aber zumindest ein paar können wir schon mal besprechen. So, ich habe schon ein paar gesehen im Chat. Das war einmal, jetzt muss ich nochmal hochscrollen. Das geht jetzt schnell. Das war auf jeden Fall Schuhezerlegung, QR-Zerlegung, ja, oder Normalform. Sehr schön. Dennis, du sagst Bescheid, wenn ich was vergessen habe. Hier steht noch quadratische oder mehrdimensionale Kerne. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die Jordan-Normalform. Machen wir mal Schuhezerlegung, QR-Zerlegung. So, das habe ich schon mal. Layout der Etagen und Jordan-Ketten. Sehr gut, das passt wunderbar auf die Jordan-Normalform. Packen wir die mal hier unten hin. So, also ich sammle das, was ihr sagt. So, was waren das hier? Kerne berechnen. Ja, das ist wichtig, auf jeden Fall. Das andere waren die Jordan-Ketten. Das habe ich gelesen. So, kommt sonst noch was? War es das schon? Äquivalente Matrizen habt ihr letztes Mal gemacht. Dann würde ich das vielleicht eher ausklammern. Ich schreibe es jetzt trotzdem mal hin, weil es gesagt wurde, aber vielleicht schau dir einfach noch mal die letzte Hörsaalübung an. Das ist auch nicht so schwer. Passt jetzt nicht ganz zu den Matrix-Zerlegungen. Jordan-Blöcke, allgemein, gemütliche Vielverhalten. Sehr schön. Also hier, Jordan-Blöcke. So, was haben wir noch? Dann haben wir Schurzerlegungen, QR-Zerlegungen. Und eine Zerlegung, die man vielleicht noch hat, ist die LR-Zerlegung. Vielleicht schreibe ich sie jetzt mal als PL-Zerlegung auf. Und dann haben wir auf jeden Fall alle Zerlegungen, die ihr bisher gemacht habt. Transplantionsmatik ist bei Jordan-Normalform. Das schaffen wir heute auf keinen Fall. Das ist auch was, was in der Vorlesung noch macht. Also quasi x berechnen. Das dauert einfach zu lange. Das weiß ich schon, ja, weil es wird immer zeitlich knapp. Wenn wir das andere schaffen, vor dem x, dann bin ich schon zufrieden. Also das machen wir nächstes Mal. Keine Sorge. Also das auf jeden Fall in der siebten Hörsaalübung. Ja, also wenn wir super schnell durchkommen, natürlich auch gerne. Aber ich bin da jetzt mal realistisch, dass wir das nicht schaffen. Okay. Sonst noch Sachen, die wir vergessen haben? Sonst schreibt es einfach nochmal rein. Ja, das ist jetzt nur mal so als erste Sammlung. Wir können jederzeit flexibel handeln, wenn ihr doch irgendwas anderes noch wissen wollt. Okay. Ich mache das Skript mal zu. Wenn ihr was zum Skript fragen wollt, dann müsst ihr einfach darauf verweisen. Dann mache ich es auf. Ansonsten versuche ich hier wieder die Sachen hinzukopieren, die ich hier sowieso schon schreibe. Also machen wir das direkt mal. So. Läuft. Oder? Ihr könnt es sehen. Ansonsten Bescheid sagen, wenn was untergeht. Okay. Vielleicht die Idee zu dieser Matrixzerlegung. Ganz zu Beginn. Und dann können wir mit Beispielen anfangen. Also das ist sowieso mein Plan, dass ich euch jetzt alles mit richtigen Beispielen zeige. Weil die Theorie habt ihr hoffentlich in der Vorlesung gelernt. Und wenn nicht, ja, einfach nochmal fragen. Dann mache ich das auch gerne. Ja, also die Idee ist immer zerlegen von der Matrix. Und die Matrix heißt jetzt bei uns meistens A in, naja, sagen wir mal einfache Teile. Was jetzt immer einfach bedeutet, aber in Teile, die wir besser untersuchen können. So. Und eins haben wir schon kennengelernt. Ich schreibe es mal hin. Das ist nämlich ganz super, wenn man das hat. Das ist A, ist zerlegt in eine Matrix X, eine Diagonalmatrix D und dann wieder X inverse. Und das haben wir kennengelernt als Diagonalisieren. So, Diagonalisieren bedeutet, wir bringen die Matrix auf Diagonalgestalt. Und eine Diagonalmatrix ist natürlich super einfach. Also einfache Diagonalmatrix. So, mit der kann man wunderbar Potenzen ausrechnen. Also ihr seht direkt, Diagonalisieren ist was Schönes. Erleichtert das Rechnen sehr gut. Gut. Okay, was ist der Nachteil beim Diagonalisieren? Oder der Nachteil, den wir jetzt allgemein hier haben? Vielleicht wisst ihr das direkt. Dann könnt ihr es mir in den Chat schreiben. Ja, also ein Nachteil wäre... Geht nicht immer. Perfekt. Ja, also so kann man es hinschreiben. Also geht nicht immer. Ist also schon sehr besonders. Voller Rang ist nicht entscheidend. Nicht verwechseln. Das Diagonalisieren hat was mit den Eigenwerten zu tun und den Vielfachheiten. So, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Also Diagonalisieren ist schön und gut, aber wenn es nicht geht, brauchen wir was anderes. So, und jetzt habt ihr auch schon kennengelernt, zwei Zerlegungen, die zum Lösen von Gleichungen helfen. Das eine ist die LR-Zerlegung. Also die hilft zum Lösen von Gleichungen. Lösen von LGS. Und das andere ist die QR-Zerlegung. Sieht ähnlich aus. Anstatt einem L steht da ein Q. Genauso zum Lösen von Gleichungen. Aber es gibt auch andere Anwendungen. Also die Sachen, die wir hier lernen, werden euch wieder begegnen. Wohne euch jetzt genau darauf eingehen, wo man die überall gebrauchen kann. So, das heißt, ihr müsst wissen, wie diese Zerlegung funktioniert und dann habt ihr zwei einfache Teile. So, und jetzt... Sorry, das ist die falsche Seite. Jetzt gibt es die Diagonalisierung. Wenn die nicht geht, kann man trotzdem so eine Zerlegung in drei Teile machen. Das schreibe ich jetzt auch mal kurz hin. Also wenn die Diagonalisierung nicht klappt. Also, ja, leider nicht funktioniert. Wie gesagt, hat was mit den Eigenwerten zu tun. Dann gibt es etwas, was man als Satz nehmen kann. Und das eine wurde schon genannt und das andere eigentlich auch. Aber das eine ist die Schurzerlegung, die sagt, naja, wenn es nicht diagonal ist, dann können wir vielleicht hier eine, ja, rechte Dreiecksmatrix hinschreiben. Eine obere rechte Dreiecksmatrix. Also, die sieht dann so aus. Aber dann ist U auch noch... Das seht ihr hier. Anstatt U inverse steht hier U Stern. Das ist also, was wir die Schurzerlegung nennen. Na, also U ist jetzt ganz schön geformt. Dafür verliert man die Diagonalgestalt. Das ist die Schurzerlegung. Als Ersatz für die Diagonalisierung sehr praktisch. Die andere ist die Jordan-Normalform oder die Jordan-Zerlegung oder auch Jordan-Zerlegung, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Da ersetzt man die Diagonalmatrix, wenn es nicht klappt, mit einer Jordan-Normalform J. Also, das ist ein J hier. Ich schreibe es einfach mal hin als Jordan-Normalform. So, okay. Jetzt haben wir ganz viele Diagonalisierungen hingeschrieben. Zerlegungen. Matrix-Zerlegung, Matrix-Faktorisierung. Und ihr seht, je nach Problem ist mal das gut zum Lösen von Gleichungen. Wenn man Potenzen berechnen will, hilft vielleicht das hier. Wenn es nicht diagonalisierbar ist, hat man hier etwas, was eigentlich immer funktioniert. Ich sage nachher, was man braucht, damit es immer funktioniert. So, das erst mal als Idee, also das hier ist als Ersatz zur Diagonalisierung. Als Ersatz zur Diagonalisierung. Okay, was wir später auch noch als Ersatz sehen werden, auch sehr allgemein, ist die Singulärwert-Zerlegung. Also ich schreibe es mal hin. Später, das heißt, in der nächsten Übersalübung beziehungsweise in der nächsten Vorlesung oder irgendwann in der nächsten zwei Vorlesungen wird noch die Singulärwert-Zerlegung dazukommen. Und die ist auch sehr wichtig, hat auch sehr schöne Anwendungen und könnt ihr euch auch vorstellen als Ersatz zur Diagonalisierung. Okay, das reicht erst mal als Überblick, würde ich sagen. Nun, ja, die Frage kann ich natürlich stellen, was wollt ihr eigentlich sehen? Ich mache das jetzt noch mal auf die andere Seite. Und so, das ist, glaube ich, ganz gut. So, jetzt kann man sich überlegen, ob wir alle Zerlegungen im Detail behandeln. Wie schon gesagt, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Von daher würde ich es ein bisschen aufteilen. Ich würde es jetzt einfach mal in den Raum stellen. Welche haben wir denn hier? Ich habe die Schuhe-Zerlegung, die machen wir auf jeden Fall, weil die nicht so einfach ist. Bei der QR-Zerlegung würde ich schon nachdenken, weil ich da in dem Lösungsvideo eigentlich das explizit vorgerechnet habe mit Beispiel. Das könnten wir uns hier also sparen. Bei der PLR-Zerlegung kann ich wirklich fragen, ob ihr sehen wollt. Und Jordan-Normalfall machen wir auf jeden Fall. So, von daher würde ich sagen, wir fangen mit der einfachen an. Schuhe und Jordan, ja, sehr gut. Machen wir auf jeden Fall. Von daher stelle ich jetzt mal die Frage, ob ihr diese PLR-Zerlegung sehen wollt. Wo ist mein Pole? Also, ich frage einfach nach. PLR sehen oder nicht? Und da könnt ihr abstimmen. So. Also, die Frage ist, PLR machen oder nicht? Okay. Also, ist schon mal sehr gut. Klausurrelevant ist alles. Das sage ich gerne nochmal. Sonst würden wir es nicht machen. Ja, das wäre auch langweilig. Okay. Die Mehrheit will es sehen. Und dann würde ich sagen, machen wir das relativ schnell. Also, ich zeige euch auch gerne das Ergebnis, wenn ihr mir das nicht glaubt. So. Also, die Mehrheit will es sehen, dann machen wir das. und ich versuche einfach, es möglichst schnell durchzuziehen. Also, PLR-Zerlegung. PLR-LR. Ja, genau. Darauf können wir jetzt zu sprechen kommen. Deswegen mache ich jetzt auch PLR. Einfach nur, damit ihr auch was Neues seht, wenn ihr die LR-Zerlegung schon kennt. Okay. So, was haben wir? Vielleicht schreibe ich es mal hin. Von mir aus hier blau. Was ist gegeben? Gegeben ist eine Matrix. Und die muss nicht quadratisch sein. Wenn sie quadratisch ist, dann sieht alles etwas schöner aus. Aber im Wesentlichen kann sie auch rechteckig sein. So, und jetzt wollen wir die zerlegen. Also, vielleicht sage ich auch mal Finde. und machen wir noch mal ein Update hier. So. Ja, was müssen wir finden? Wir finden eine Zerlegung. A ist PLR, natürlich, ja, also Matrix-Produkt von diesen drei Matrizen. Und jetzt haben wir folgende, ja, Matrizen, die hier reingehen. Sagen wir erstmal die Matrix hier. Das ist eine R-Matrix, die hat entweder die Gestalt, obere rechte Dreiecksmatrix zu sein, also so auszusehen. Das geht ganz gut, wenn man in den quadratischen Matrizen rechnet. Das heißt, sie hat die gleiche Form wie die Ursprungsmatrix, also M kreuz N. Wenn sie jetzt nicht quadratisch ist, dann ist so ein Dreieck irgendwie ein bisschen schlecht. Aber dann wisst ihr, die Zahlenstufenform ist dann die Verallgemeinerung davon. Ja, also, vielleicht schreibe ich das nochmal hier explizit hin, R ist genau die gleiche Größe wie A. So, da steckt die ganze Information von A noch drin. Deswegen Zeilenstufenform. Wie ihr zu der Zeilenstufenform kommt, kennt ihr ja schon. Das ist nämlich einfach das Gauss-Verfahren. Und im Wesentlichen ist die PLR-Zerlegung auch einfach nur das Gauss-Verfahren nochmal. Viel mehr passiert da gar nicht, außer, dass man sich die Schritte, die man im Gauss-Verfahren macht, aufschreibt und wirklich behält. Also, man hat einfach nur einen Speicher in den P- und L-Matrizen hier für die Schritte. Und damit hat man die wirklich die Zerlegung, weil man alles wieder rückgängig machen könnte. Ja, beim Gauss-Verfahren kommt am Ende was raus und man weiß nicht mal, wie man zurückkommt. Hier speichern wir diese Schritte in P und L. So, und jetzt wisst ihr, L ist nichts anderes als eine linke untere Dreiecksmatrix. Das heißt, die muss auch quadratisch sein. Ja, also die ist eben K. Ja, seht ihr, das ist M kreuz M. Und die hat die Form. Ja. Dreiecksmatrix, hier oben nur Nullen, aber auf der Diagonalen stehen nur Einsen. So, und hier unten steht irgendwas. So sieht die L-Matrix aus. Denn die sagt, was für Zahlenoperationen er gemacht hat. Ist das R nicht falsch? Das sind doch nicht die reellen Zahlen, sondern einfach nur... Ja. Gut gesehen. Das ist, wenn man zu viele reelle Zahlen malt. Das ist natürlich die ganz normale R-Matrix hier. Danke. So, was haben wir noch? Das P. Das P fehlt noch. Das P ist eine sogenannte Permutationsmatrix. Ja, Permutationen heißt schon Vertauschung. Die ist auch quadratisch und die speichert die Zeilenvertauschungen. Also L speichert die Zeilenoperationen selbst und wenn man Zeilen tauschen muss, dann speichert man das einfach ein P. Das ist schon alles. So, also wie die Permutationsmatrix aussieht, können wir kurz mal hinschreiben. Vielleicht wisst ihr das auch. Auch hier nochmal ein Update drüber. Ja, machen wir mal ein Beispiel dafür. Also Beispiel für die Permutationsmatrix. Ich kann sie jetzt zum Beispiel P mit 1, 2 im Index. So, ich vertausche erste und zweite Zeile, soll das heißen. Und wenn wir jetzt in R3 arbeiten zum Beispiel, hätten wir eine 3-Kotz-3-Matrix und das Vertauschen sieht so aus. Da steht die 0, da steht die 1 und da die 1 und da die 0 und an den anderen Zeilen werden wir nichts tauschen. Das heißt, hier steht einfach die 1 auf der Hauptdiagonale. Ja, aber hier passiert was. Hier wird getauscht. Ja, das wäre eine Permutationsmatrix. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, eine allgemeine sieht einfach als Produkt von diesen einzelnen Vertauschungen aus. Also hier schreibe ich es nochmal hin. Das tauscht erste und die zweite Zeile. Und P selbst ist jetzt einfach, ja, so ein Produkt. Also von mir aus, ja, ich schreibe jetzt nichts hin. Wir tauschen hier irgendwelche Zeilen. Vielleicht die erste und die zweite. Hier tauschen wir die dritte und die vierte. Wie man will. Ja, also so eine Kette von Vertauschungen von den Zeilen ist dann die ganze Permutationsmatrix. Ja, oder in Worten, Produkt von den Einzelvertauschungen. Okay, ist das klar? Ansonsten gerne nochmal einfach nachfragen. Dann würde ich sagen, rechnen wir ein Beispiel. Ja, ich kann mir jetzt irgendwas überlegen. Ich will auf jeden Fall Zeilenvertauschungen drin haben. Von daher nehmen wir mal ein 3x3 Beispiel. Beispiel, was wir jetzt LR zerlegen. Und, wohlgemerkt, LR-Zerlegung bedeutet einfach nur Gauss-Verfahren durchführen. So, und wenn wir Zeilenvertauschungen brauchen, dann nennen wir es einfach PLR-Zerlegung. So, in dem Beispiel braucht man die Zeilenvertauschung. Und dann sieht man, dass auch so ein P reinkommt. Ja, gut. Das Verfahren läuft wie folgt. Wenn man das zerlegen will, dann schreibt man erst mal, und ja, ich schreibe hier relativ groß, von daher bringe ich das nochmal einfach rüber. So. Wir kopieren die gleiche Matrix hier. Also wirklich kopieren. Das kann ich hier super leicht machen. Die schreiben wir wieder da hin. Und hier schreiben wir die Einheitsmatrix auf. So, die muss 3x3 sein. Also Restzahlen sind einfach nur Nullen. Also, in der Vorlesung hattet ihr PA gleich LR. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, vielleicht mache ich das hier auf der linken Seite, wenn ich das P auf die andere Seite bringen will, ja, dann muss ich die Vertauschung einfach rüber multiplizieren. Das ändert die Reihenfolge. Ja, das heißt, das P auf der anderen Seite ist ein anderes P, ist aber immer noch eine Permutationsmatrix. Nur die Vertauschung in einer anderen Reihenfolge aufgeschrieben. So, ist also analog. Ja, ist nicht das Gleiche, aber ist die gleiche Idee. Ja, und die Idee ist, tausch zuerst Zeilen in A und dann mach ganz normal LR oder mach die Vertauschung, während du das LR, ja, die LR-Zerlegung aufbaust. So, und ich glaube, es ist einfacher, wenn man es währenddessen macht, weil man weiß ja vorher nicht, was man tauschen muss. Wenn man es vorher weiß oder im Nachhinein nochmal umdrehen will, dann kann man es natürlich machen. Ja, aber wenn man es nicht weiß, dann rechnet man einfach und dann würde ich sagen, ist dieses P, L, R das Richtige, was man aufschreiben sollte. Okay? Ja, also die Idee ist einfach A. Kann man nicht direkt LR zerlegen, man muss erst was tauschen, deswegen sagt man, gut, dann mach ich das eben für P, A anstatt A. Okay, ähm, ja, war das soweit klar? Ansonsten einfach nochmal nachfragen. Gut, so, was machen wir für Gauss-Schritte? Die schreibe ich vielleicht direkt mal hier aufs Gleichheitszeichen. So, und ansonsten kann ich das hier nochmal kopieren. So, 92 Leute sind da, das ist schon mal gut. Dann kann bestimmt einer sagen, was für Gauss-Schritte wir machen müssen. So, erste Zeile, zweimal von der zweiten abziehen. Der fällt mir gut. Schreibe ich mal in blau hier hin. So, zweite Zeile, äh, zweimal die erste abziehen. So, ähm, machen wir die Zeilen mal hier weg. Und dreimal die dritte, äh, addieren. Ja, das machen wir dann gleich. Machen wir erstmal die hier. So, was kommt hier raus? Naja, dort kommt eine 0 hin. Das wollen wir ja. Da kommt aber zufällig auch eine 0 hin. Und hier bleibt 2 über. So, jetzt diese Zahl, die hier steht, das was wir abziehen, ja, genau die hier, die wird jetzt hier eingetragen in die L-Matrix. Weil die L-Matrix genau das sagt. Ja, wenn das jetzt wieder zurück multipliziert, kommt wieder die Matrix hier raus. Die sagt genau, welche Zeilenoperationen hier stattgefunden haben. Gut, und Konstantin hat das auch direkt richtig aufgeschrieben. Genau, wenn wir jetzt das gleiche mit der dritten Zeile machen, dann müssen wir sagen, die dritte ziehen wir minus 3 mal, äh, die erste ziehen wir minus 3 mal ab von der dritten. So, naja, ich schreibe nicht plus 3 mal die erste, weil eben der Faktor, den wir abziehen, der wird hier eingetragen. Also es ist besser, jetzt minus minus zu schreiben, damit man sieht, ah, die Zahl hier muss jetzt hier eingetragen werden. Also hier steht jetzt die minus 3. Gut, und die Zeilenoperationen gibt ganz normal, mit eurem Gauss-Schritt hier eine 8 und dann eine 5. Das muss ich euch nicht fragen, das wisst ihr ja. Gut, also so speichern wir die Gauss-Schritte hier. Einfach in die L-Matrix an die passende Position geschrieben. Ja, hier haben wir mit der ersten agiert, das heißt erste Spalte. Und wir haben die zweite geändert, deswegen zweite Zeile. Hier haben wir die dritte geändert und deswegen hier die dritte Zeile. Ja, und weil wir alles noch im ersten Schritt machen, mit der ersten Zeile kommt alles in die erste Spalte. Ja, also man geht so schrittweise durch. Ganz normal mit den Gauss-Schritten. Das heißt, im nächsten Schritt wird die Zahl hier eingetragen, weil wir was mit der zweiten und dritten tun werden. So, aber jetzt seht ihr schon das Problem. Hier müssen wir Zahlen vertauschen, damit das Pivot-Element da steht, wo es stehen soll. So, das könnt ihr mir jetzt sagen, was müssen wir tauschen oder wie müssen wir es auch aufschreiben. Zweite mit dritter Zeile tauschen, zwei, drei Zeile tauschen mit der R-Matrix. So. Jetzt wollen wir mal ein Gleichheitszeichen schreiben. Also das ist erstmal alles gut, alles richtig. Ich kopiere das nochmal. Das machen wir weg. Das machen wir auch weg. So. Und ja, vielleicht machen wir erstmal wieder schwarz hier. Jetzt, was passiert? Wir wollen die zwei Zeilen tauschen. Das können wir natürlich machen. So, ich schreibe es mal ein bisschen rüber. Also wir nehmen die Zeile hier weg. So. Und die auch. Und jetzt tauschen wir sie. Das heißt, hier steht jetzt die 8, dort die 5. Und hier steht 002. Okay. Wenn wir die Zeilen tauschen, dann haben wir eine Matrix angewendet, nämlich die Zeilenvertauschungsmatrix. So, jetzt mache ich das nochmal rückgängig, kurzzeitig. So. Das heißt, wir brauchen diese P2, 3 Matrix, die wir hier drauf anwenden müssen. Jetzt will ich die also hier einfügen. Das heißt, wir können die zum Quadrat mal einfügen. Denn zum Quadrat heißt, naja, die wird nichts ändern. So, jetzt die Frage vielleicht an euch. Wie sieht denn diese Matrix aus? Schreiben wir mal irgendwo hin. Also P2, 3. Vielleicht hier irgendwo in die Ecke. P2, 3 soll die zweite und die dritte Zeile vertauschen. Wie sieht die Matrix aus? So, 1, 0, 0. Weil die erste ändert sich nicht. Und, genau. Und hier unten steht 0, 1, 1, 0. So. Zum Quadrat ist es die Einheitsmatrix. Könnt ihr nachrechnen, ergibt auch Sinn. Ja, wenn wir nochmal zurücktauschen, dann steht wieder das gleiche da. Sollte die Identität werden. Okay. Das heißt, hier passiert nichts, wenn wir da P2 hinschreiben. Oder P zum Quadrat hinschreiben. Weil das ist einfach die Einheitsmatrix. Die können wir hier einfügen. Genauso können wir sie auch hier einfügen. Das machen wir mal ordentlich. Das ist P2, 3 zum Quadrat. Also hier nur Einheitsmatrizen eingefügt. Vielleicht nochmal zur Erinnerung hingeschrieben. Das ist einfach nur I. Und das ist auch einfach nur I in dem Fall. Passiert also nichts. So. Aber wenn wir das so machen, dann können wir unseren Zahlentausch einfach durchführen. Und zwar auf der rechten Seite. Also ich schreibe es jetzt nochmal hin. Hier machen wir P2, 3. Dann nochmal P2, 3. Weil das ist ja zum Quadrat. So. Dann kopieren wir hier die Matrix nochmal. An der ändern wir gar nichts. Die kommt nochmal so dahin. Jetzt kommt hier unser P2, 3. Und jetzt wenden wir es einmal an. Nach rechts. So. Einmal nach rechts angewendet. Ist genau die Matrix nochmal. Aber jetzt mit Zeilentausch. Passt die noch dahin? Ja. Das geht doch. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr irgendwas nicht lesen könnt. Wenn ich zu knapp hier zeichne. Ich glaube, das geht noch, oder? Ich mache den Zeilentausch nochmal. 8, 5. 0, 2. Das P wird quadriert, weil ich es einfügen will. Ja. Deswegen Einheitsmatrix. Dann ändert sich nichts. Wenn wir nur einfach P hin schreiben, würden wir was ändern. So. Wir wollen ja die Zahlen tauschen. Jetzt haben wir es gemacht. So. Das heißt, was hier steht, müssen wir uns nur überlegen. Und deswegen habe ich es so hingeschrieben. Wir wollen uns überlegen, was das hier wird. Naja. Wenn ich jetzt hier P2, 3 anwende, würde ich hier die zwei Zeilen tauschen. Wenn ich das hier von rechts dran anwende, dann tausche ich die Spalten. Ja. Dann kann er hier mal ein bisschen die Matrix etwas sauberer hinschreiben. So. Das hier nach links angewendet. Das soll nicht mehr nach rechts wirken, sondern jetzt hier nach links. Und die Matrix, die hier rauskommt, naja, die tauscht erst hier die zwei Spalten und dann die zwei Zeilen. Und dann seht ihr direkt, was dort steht. Vielleicht schreibe ich es mal hier hin. Dann steht hier nämlich die 1. Dort steht die minus 3 und dort die 2. Und hier steht immer noch 0, 1, 1 hier. Ja, das, was da rauskommt. Und so kann man es auch merken, ja. Wenn man hier zwei Zeilen tauscht, dann muss man hier innerhalb der L-Matrix die zwei Zeilen tauschen. Aber die 1 bleiben so bestehen. Okay. So, also hier steht P2, 3. Und hier steht jetzt die Matrix, die wir L nennen wollen. Und hier steht die Matrix, die wir R nennen wollen. Nämlich 1, 2, 2, 0, 8, 5, 0, 0, 2. So, das bringe ich nochmal rüber. Und jetzt haben wir die Gauss-Schritte nochmal aufgeschrieben. Das Gauss-Verfahren nochmal durchgezogen. Und wir sehen, wir sind fertig nach diesem Zeilentausch. Wir brauchen den letzten Schritt nicht zu machen. Wir müssen hier nichts mehr abziehen. Deswegen bleibt hier auch die 0 stehen. Aber jetzt haben wir unsere, ja, PLR-Zerlegung gemacht. So, jetzt schreibe ich das P nochmal aus. Das ist nämlich die Matrix, wie wir hier oben stehen haben. 1, 0, 0. Oder vielleicht machen wir mal ein bisschen mehr Platz hier. Also 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So. Ja, und jetzt kann ich es hinschreiben. Das ist unser P. Das ist unser L. Und das ist unser R. Permutationsmatrix. Linke untere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Hauptdiagonalen. Und die Zahlenstufenform, beziehungsweise eine rechte obere Dreiecksmatrix. PLR. So. Das war ein Beispiel. Das war eine Berechnung. Und wenn es noch Fragen gibt, dann fragt am besten jetzt. War das klar soweit? Also es war nochmal Gauss-Verfahren, aber mit Speicherung der Schritte. P und L kann man miteinander verrechten, aber dann verliert man die Struktur. Ja, und wenn es hier nochmal P drauf anwendet, dann ist es keine untere linke Dreiecksmatrix mehr. Die Matrix mit P ersetzen. Was genau mit P ersetzen? Wie haben wir 2 und minus 3 vertauscht? Ja, 2 und minus 3 haben wir vertauscht. Das ist, was die Zeilenvertauschung hier macht. Die ändert die L-Matrix auch. Deswegen habe ich es so aufgeschrieben, damit ihr seht, woher das kommt. Das kommt daher, dass man die Zeilen hinten vertauschen will. Und damit ändert man die L-Matrix zwangsläufig, weil man das P hier nach vorne ziehen will. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Vielleicht dauert es noch ein bisschen. Dann stoppt mich einfach. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Von daher würde ich vorschlagen, dass ich kurz was zur QR-Zerlegung sage, aber dann weiter mit der Schulzerlegung mache. Ansonsten müsst ihr mich stoppen. Wie immer. Das ist ganz normal hier. Ich schreibe es mal hin. Also QR-Zerlegung. Was brauchen wir? Und was wollen wir finden? So, bei der QR-Zerlegung ist das vielleicht, was eben gesagt wurde, wichtig. Wir brauchen den vollen Rang. Also ich schreibe nochmal hin. Gegeben. Also ich kürze etwas ab. Wir haben jetzt wieder eine Matrix, aber die kann wieder, naja, m kreuz n groß sein. Also rechteckig. Ob sie reell ist oder komplexwertig, ist dann egal. Aber sie braucht vollen Rang. Und sie muss, naja, m muss größer n sein. Damit es dem vollen Rang auch in der Rechnung, ja, sinnvoll ist. Also der Rang ist dann n. Das heißt hier voller Rang. Ja, also m größer n. Ja, m sind die Zeilen. Wir haben also weniger Spalten als Zeilen. Ja, sie ist also dünn. Oder halt quadratisch. Das geht auch. Ja, oft ist sie wirklich quadratisch in den Beispielen. So, was wollen wir finden? Und zwar, ich schreibe es nochmal hin. Wir haben eine Zerlegung in, so wie sieht das Ergebnis aus, wenn in der dritten Zeile nicht die Null stehen würde. Auf die PLR-Zerlegung, wenn da wohl nicht die Null stehen würde. Hier. Ja, also, man könnte noch, wenn man noch mehr Gauss-Schritte machen will, dann muss man das blaue. Ja, wenn man noch mehr Schritte machen muss, dann muss man die entsprechend eintragen. Ja, sonst ganz normale Gauss-Verfahren durchziehen. Wenn die Matix ziemlich groß ist, weiter das Gauss-Verfahren durchziehen und die entsprechenden Schritte in die L-Matix eintragen. Ja, und sobald man was vertauschen muss, sieht man das durch Vertauschung in die L-Matrix und die Permutations-Matrix zieht man nach vorne. Wo steht immer eine Null? Ja, also, die Frage verstehe ich nicht so ganz, vielleicht könnt ihr das noch klären und dann sagt ihr mir Bescheid. So, also, was wollen wir für die QR-Zerlegung? Wir wollen eine Matrix Q mal eine Matrix R. Was steht hinter Rang? Rank, vielleicht soll ich Rang schreiben, ja. Ja, also, wir wollen hier Rang gleich N. So, voller Rang, also der Rang von A. Ja, da stand, glaube ich, noch Quatsch eben. So, ist gleich N. So, ja. Na, jetzt haben wir Q mal R. So, was ist Q und was ist R? So, R ist jetzt tatsächlich quadratisch. Also, N kreuz N. Und Q ist eine Matrix, die, naja, die ist Element von der gleichen Form wie A selbst. So, jetzt soll ich hier noch ein Elementzeichen hinschreiben. So. Okay, und wie sieht das aus? Na, naja, die Matrix Q hat jetzt N Spalten. Ja, wo gemerkt, die kann ziemlich, ja, schlank sein, diese Matrix. Oh, der hat quadratisch, aber wir können jetzt die Spalten so rauslesen. Und dann mal unser Rechteckmatrix R. Ja, die ist quadratisch. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine Rechteckmatrix. Da stehen nur Nullen und hier oben stehen irgendwelche Einträge. Okay, und was wir wollen, ist, dass das hier eine Orthonormalbasis des Bildes von A ist. Ja, also die Spalten von A spannen was auf, und zwar einen N-dimensionalen Raum. Und, naja, jetzt wollen wir eine Orthonormalbasis bezüglich des Standardskalarprodukts haben. Und die schreiben wir hier in die Spalten von Q. Das ist, was die QR-Zerlegung macht. So, und das Beispiel überspringe ich jetzt aufgrund der Zeit. Was aber nicht so schlimm ist, weil das Beispiel habe ich am Freitag gerechnet und steht im Lösungsvideo. Und darauf verweise ich jetzt mal. Ja, sehr passend. Genau. Also, schaut euch das an. Dort erkläre ich genau, wie man es durchführen muss, weil es ist im Wesentlichen nur wieder Kramschmidt. Ja, also, das LR-Zerlegung war nochmal Gauss, QR-Zerlegung ist im Prinzip wieder Kramschmidt in anderer Form. Kramschmidt-Verfahren. Das heißt, das haben wir sowieso schon oft besprochen. Jetzt könnt ihr es nochmal üben. Wenn ihr es noch nie gerechnet habt, dann bitte macht ein Beispiel von mir aus. Versucht das Beispiel nochmal auf dem Übungsblatt zu lösen. Und dann schaut euch das Lösungsvideo an, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Okay, ansonsten fragt einfach hier im Chat. Dann kann ich vielleicht auch noch darauf eingehen. Okay, nächste Zerlegung wäre dann, kommt Kramschmidt dran? Ja, wo dran? In der Klausur. Also, Kramschmidt müsst ihr können. Weil, wenn die QR-Zerlegung gebraucht wird, müsst ihr halt Kramschmidt können. Da kommt er nicht drum rum. Okay, Schulzerlegung. Wer will was über die Schuhrzerlegung wissen? Vielleicht sollten wir nochmal so einen Toll machen. Wollt ihr was über die Schuhrzerlegung wissen? Wieder ja oder nein. Okay, das ist tatsächlich die Mehrheit. 99% will was wissen. Okay, das ist sehr gut. Dann machen wir es natürlich. So, Schulzerlegung ist nicht so ganz einfach. Man muss sehr viel rechnen, aber die Rechnungen selbst sind nicht so schwer. Ja, also bei der QR-Zerlegung ist es so, dass die Diagonaleinträge positiv sein müssen. Ja. Also die sollten nie negativ sein. Warum das so ist, seht ihr auch in dem Lösungsvideo. Ja, das liegt daran, dass man dort die Normen einträgt beim Kramschmidt. Ja, die Normierungsfaktoren, die dort eingehen. Also, und die sind natürlich positiv als eine Norm. Ja, eine Länge ist eben positiv. Genau. Okay. Okay, ansonsten weiterfragen, einfach wieder reinschreiben. Dann mache ich direkt mal weiter. Wir machen, was ist gegeben und was wollen wir finden. Naja, in der Schulzerlegung ist jetzt so, dass wir entweder mit den komplexen Matrizen rechnen. Was bedeutet, wir brauchen komplexe Zahlen. Es geht aber auch, nur mit reellen zu rechnen, wenn man folgende Bedingungen noch hat. Also, wir haben jetzt eine reelle Matrix. Die kann man als komplexe Matrix auffassen. Dann ist man in dem Fall. Aber, man kann sich auch als reelle auffassen und nur mit reellen Zahlen rechnen, wenn alle Eigenvektoren, äh, alle Eigenwerte, äh, ich kürze das mal ab mit Eigenwerte. Ähm, ja gut, vielleicht schreibe ich das mal die nächste Zeit einfach. Und alle Eigenwerte sind reell. So, sie sind reell. So, das heißt, wenn man das charakteristische Polynom aufstellt, dann findet man die Nullstellen. Und unter Umständen könnten Nullstellen komplex sein, also echt komplex. Dann ist man nicht in dem Fall. Wenn aber alle Nullstellen, die man findet, echt reell sind, ja, dann hat man nur reelle Eigenwerte, dann hat man eine reelle Matrix. Das heißt, man kann nur mit reellen Zahlen rechnen. Man braucht keine komplexen. Das ist hier der Vorteil, den ich nennen wollte. So, jetzt, äh, mache ich hier nochmal ein Update. So. Und jetzt die Frage hier. Wenn man die Determinante ausrechnen möchte, nimmt man dann die R-Matrix. Ähm, bei allen Zerlegungen hier, das kann ich vielleicht ganz allgemein sagen, bei allen Zerlegungen, die man hier hat, kann man letztendlich ja unseren Determinanten-Multiplikationssatz anwenden. Ja, also Produkt von Matrizen, Determinante davon, kann ich zerlegen in das Produkt der zwei Determinanten. So, das heißt, bei der LR-Zerlegung wird es ganz schön, das kann ich dir nochmal zeigen, da muss man die Determinante von P ausrechnen. Und das sage ich euch jetzt direkt, ja, ihr seht, was rauskommen muss. Ihr könnt die Determinante von L ausrechnen. Auch da seht ihr, was rauskommen muss. Als Dreiecksmatrix nur die Diagonale multiplizieren. Und dann Determinante von R auch nur Diagonale multiplizieren. Das heißt, wenn ihr die PLR-Zerlegung habt, dann ist Determinante ausrechnen ganz einfach, weil die drei Faktoren, die da drin vorkommen, eine einfache Determinante haben, die man sehr schnell ausrechnen kann. So, bei der QR-Zerlegung das Gleiche. Wenn ihr die Determinante von Q kennt, und das könnt ihr auch schnell hinschreiben, die stehen ja alle orthogonal, und Determinante berechnet das Volumen. Also ihr wisst schon, was rauskommen muss, wenn die alle Länge 1 haben. Auch das muss ich euch nicht sagen. Und das heißt, Determinante von R bleibt als einziges übrig, aber auch die ist einfach, weil nur die Diagonale berechnet werden muss. Also alle diese Zerlegungen helfen beim Determinanten berechnen, weil die Zerlegungen so schön sind. Das könnt ihr vielleicht im Kopf behalten. Wenn ihr die Zerlegungen habt und Determinanten berechnen müsst, dann ist es ganz einfach. Okay, zurück zur Schulzerlegung. Wir haben jetzt die zwei Fälle. Das ist der allgemeine Fall. Das ist der Spezialfall, der ab und zu vorkommen kann. Dann ist es ganz schön. Und was wir suchen ist nun, oder was wir finden wollen, ist eine Matrix-Zerlegung der Form U, R, U, Stern. So, das ist vielleicht die Frage an euch. Kennt ihr so eine Zerlegung schon, wenn R diagonal ist? Und wie haben wir das genannt? Ja, ich warte mal, was da so kommt. Auch hier nochmal hinschreiben. Das sind alles jetzt quadratische Matrizen. Das ist also n kreuz n. Und ja, Diagonalisierung, fast. Bei der Diagonalisierung steht da ja, genau, da steht xdx hoch minus 1. Hier steht jetzt aber U, Stern, anstatt x hoch minus 1. Und das ist auch ein Spezialfall der Diagonalisierung. Ja, vielleicht denkt ihr mal drüber nach. In der Zeit schreibe ich nochmal auf, was R sein soll. Ja, nicht so überraschend. Das soll natürlich wieder eine Dreiecksmatrix sein. Das heißt, die hat hier wieder Einträge. Obere Dreiecksmatrix. Und die ist auch wieder quadratisch. U ist unitär. Genau, das können wir auch noch hinschreiben. Ja, machen wir es mal hier. Das ist unitär für, naja, Körper gleich komplexe Zahlen. Oder orthogonal, wenn der Körper die reellen Zahlen sind. So, das ist wichtig, wenn wir in dem Fall rechnen. Ja, dann wissen wir auch, ach, die Matrix ist sogar orthogonal. Aber natürlich unitär ist jetzt die Verallgemeinung auf komplexe Zahlen. Das ist, was wir haben. Bedeutet, U, Stern, U ist die Einheitsmatrix. Oder in anderen Worten, U, Stern ist gleich der Inversen von U. So, und wenn ihr das seht, ja, dann kommt es wieder zurück mit der Diagonalisierung. Und vielleicht schreibe ich das mal dazu. Machen wir mal hier so einen kleinen Merksatz. Merke. Naja, wenn A eine normale Matrix ist. Ja, dann hat man die Diagonalisierung. Ja, normale Matrizen sind diagonalisierbar. Aber sogar noch mehr. Denn dann kann man diese Schulzelligung nehmen. Und R ist diagonal. Also dann kann man R so wählen, dass es diagonal ist. Ich schreibe es mal so hin. Dann kann man R sogar diagonal wählen. Ja, ansonsten nicht. Also normale Matrizen kann man diagonalisieren. Und wir sagen, unitär diagonalisieren. In dem man anstatt dieser invertierbaren Matrix X kann man eine unitäre Matrix U wählen und es so aufschreiben. Was noch besser ist, wenn man nicht mal eine Inverse berechnen muss. Man muss nur, ja, adjongieren. Nur transponieren und noch komplex konjugieren. Was ja super einfach ist. Ja, das heißt, normale Matrizen sind diagonalisierbar. Und zwar auf die bestmöglichste Art. Wenn man es nicht machen kann, dann ist die Schulzelligung, wie man sieht, der Ersatz. Anstatt diagonal hat man jetzt eine Rechteckmatrix. Okay, Fragen soweit? Ne, ich sehe keine Fragen. Okay, dann erkläre ich mal, was die Schulzelligung macht. Und zwar schreiben wir das mal als Rezept auf. Das ist nicht so ganz einfach. Da muss man doch sehr viel machen. Aber wir haben ja noch genug Zeit. Also von daher können wir auch ein Beispiel rechnen. Also, diagonal wählen. Das ist die Frage, die ich hier habe. Ja. Anstatt eine Dreiecksmatrix wählen wir eine Diagonalmatrix. Das ist auch eine Dreiecksmatrix, aber eine bessere. Das ist eigentlich alles. Also es ist möglich, eine ganz einfache Dreiecksmatrix zu wählen, wenn A normal ist. So, bestimme die Eigenwerte von A als der erste Schritt. So, charakteristisches Polynom aufstellen, lösen. Nicht so verwunderlich, das muss man auch machen, wenn man diagonalisiert. So, und dann fangen wir an, wie beim Diagonalisieren, die Eigenvektoren zu bestimmen. Aber wir bestimmen jetzt nur einen, also einen Eigenvektor. Das heißt, aus dem Kern A minus Lambda 1i. Und den normieren wir auch noch. Ja, Standard Skalarprodukt, Standard Norm. Und ja, normieren heißt hier gleich 1. Gut. Wenn wir das haben, dann müssen wir jetzt was machen, was nicht ganz so schön ist. Aber was man immer machen kann, wir wählen weitere Vektoren, n Stück. Ja, wo gemerkt, wir sind im n Kreuz n Fall. Ja, die Matrix hat n Spalten, n Zeilen. Also quadratisch, n Kreuz n. Das heißt, wir können noch weitere n minus 1 Vektoren wählen, von 2 bis n. So, dass wir mit dem x1 insgesamt n Stück haben. Und wir wählen die so, also aus kn, so, dass sie eine ONB bilden. So, dass, naja, x1, y2 bis yn, ONB von kn sind. Ja, alles mit dem Standard Skalarprodukt. Gut, wenn wir das haben, dann können wir die in eine weitere Matrix schreiben. Und dann wisst ihr schon, naja, das ist eine unitäre Matrix, denn wir haben ja eine ONB reingeschrieben. Also hier steht jetzt x2 bis xn, äh, x1, y2 bis yn. Und das ist eine unitäre Matrix, weil wir die Vektoren genauso gewählt haben. Ja, oder orthogonal, wenn wir im R sind. Ja. Okay. So weit, so gut. Im nächsten Schritt machen wir dann genau das, was wir wollen. Wir machen Schritt 4 als u-Stern, achso, das ist jetzt u1-Stern, a, u1, und weil wir jetzt x1 als Eigenvektor haben, wissen wir schon, was rauskommt. Da kommt nämlich unser Eigenwert hin. Ähm, und dann kommen hier auf jeden Fall Nullen rein, in die erste Spalte. Einfach nur, weil es ein Eigenvektor ist, also das ist nicht so besonders. Aber hier stehen irgendwelche Zahlen. Machen wir ein paar Sterne dahin. Das wissen wir nicht, was da steht. Und hier steht eine neue Matrix, die etwas kleiner ist, aber immer noch quadratisch. Und die nennen wir A2. Ja, also das ist eine neue Benennung, A2. Und das ist die Idee, weil jetzt können wir in unserem fünften Schritt nochmal alle Schritte wiederholen. Also mit A2 machen wir weiter, oder allgemein, mit AI, gehe wieder zu Schritt Nummer 1. Ja, Eigenwerte bestimmen. Da kommen wir nicht drum herum. Jetzt haben wir eine neue Matrix, die nicht mehr A heißt, sondern A2 in dem Fall, oder AI. Und das machen wir so lange. So lange, bis dieses AI 1 kreuz 1 groß ist. Ja, in jedem Schritt wird es um eine Dimension verkleinert. Und wir machen das so lange, bis es 1 kreuz 1 groß ist. Ja, also da kommen wir nicht drum herum. Wir haben jetzt hier unseren Loop. Ja, eine Schleife, die wir durchlaufen, bis wir ganz klein sind. Und erst dann haben wir das Ergebnis erreicht. Erst dann können wir nämlich in Schritt 6 Ja, jetzt soll ich es vielleicht hinschreiben. Wir berechnen dann erstmal U. Ja, dann ist alles fertig. Dann haben wir unser U für die Schurzerlegung. Das wäre hier U1 mal. Und jetzt aufgepasst, dadurch, dass wir alles eine Dimension kleiner rechnen in jedem Schritt, können wir nicht einfach jetzt U2 dran multiplizieren. Wir müssen es um die Einheitsmatrix ergänzen. Also hier ist einfach nur eine 1. Dann steht hier U2 als Matrix. Ja, wenn ich das so schreibe, immer als Blockmatrix lesen. Das ist eine komplette Matrix. Ich male nur die Blöcke rein. So, da ist also U2. Dann mal, ja, schreiben wir es noch hin. 1, 1. Dann steht hier U3. Und das geht so lange weiter, bis am Schluss nur noch die Einheitsmatrix dort steht. Und dann haben wir unser U. Unitär, weil alle einzelnen unitär waren. U1 war unitär, U2 war unitär. Deswegen ist, wenn wir das so aufschreiben, auch wieder unitär. Also nur, wenn wir das in der Einheitsmatrix in der Blockform bilden, ändert sich nichts an der unitären Matrix. Also auch das bleibt unitär. Und am Schluss steht da wirklich die Einheitsmatrix. So, das heißt, die multiplizieren wir und die sind immer noch unitär. Das heißt, unser U ist gefunden. Und dann fehlt nur noch R. Und das ist auch ein kleines Problem. Man kann das R nicht direkt ablesen, nur teilweise. Deswegen, um es ordentlich zu bekommen, muss man U-Stern-A-U ausrechnen. Und dann bekommt man diese Dreiecksmatrix raus. Und dann ist man wirklich fertig. So. Sollen wir ein Beispiel rechnen? So. Ja. Soll ich das auch nochmal fragen? Ja. Es sieht schon mal so aus. Die meisten wollen ein Beispiel sehen. Dann machen wir das auch. Genau. Ich mache natürlich nur die Sachen, die ihr auch sehen wollt. Das Rezept musste ich jetzt natürlich mal aufschreiben, damit wir darauf wieder zurückgehen können. Aber wenn ihr ein Beispiel sehen wollt, dann machen wir das auch. So. Beispiel. Beispiel. Beispiel für eine Matrix, die jetzt nicht zu groß ist, sodass wir noch rechnen können. Ich habe mir hier mal eins aufgeschrieben. Das hat sehr viele Einsen drin. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Das wäre meine Idee für ein Beispiel. Und jetzt können wir die Schritte durchgehen. Also ich habe sie ja hier links hingeschrieben. Also ihr seht, bestimmen die Eigenwerte von A ist der erste Schritt. Hier haben wir unser A. Bestimmen die Eigenwerte können wir machen. So, sollen wir das zusammen machen oder seht ihr die Eigenwerte direkt? Also Eigenwerte heißt, charakteristisches Polynom aufschreiben und Nullstellen bestimmen. So, ja, was meint ihr? Sollen wir es aufschreiben? Ja, Determinante von 1 minus Lambda auf den Diagonalen. Okay. So, machen wir unseren Sarü, wenn ihr wollt. Ansonsten entwickeln nach einer Spalte, Zeile, wie ihr wollt. Das machen wir jetzt nicht nochmal in einer Detailheit. Ich kann euch nochmal sagen, wenn ihr Sarü macht, habt ihr hier 1 minus Lambda hoch 3. Und der einzige Faktor, der noch reinkommt, ist der hier. Was ist? Minus 1 minus Lambda. So. Sieht also eigentlich ganz einfach aus. Und in der Tat, es ist auch nicht so schwer. Wir können nämlich 1 minus Lambda ausklammern. Dann steht da noch 1 minus Lambda zum Quadrat minus 1. So, wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt ausmultiplizieren in der großen Klammer. Das können wir gerne machen. Dann steht da 1 minus 2 Lambda plus Lambda Quadrat minus 1. Oder in anderen Worten, wenn wir jetzt nochmal ausklammern, steht da 1 minus Lambda. Ein Lambda können wir rausziehen. Dann haben wir Lambda minus 2 übrig. Oder in anderen Worten, wir können hier auch sagen, das ist 2 minus Lambda und 0 minus Lambda. Dann haben wir die richtige Faktorisierung und können jetzt die Eigenwerte ablesen. Also 3 Stück, sind alle verschieden, sind aber komplett reell. So, also Lambda 1 ist gleich 0. Lambda 2 ist gleich 1. Ja, wir könnten auch ein anderes Beispiel rechnen, wo vielleicht die Eigenwerte nicht direkt verschieden sind. Aber hier sehen wir einfache Eigenwerte, das heißt, die Rechnung ist vielleicht nicht so ganz kompliziert. Ein Fakt, das schreibe ich mal zu, wir können reell rechnen. Wir können komplett reell rechnen. So, das habe ich am Anfang gesagt. Wenn die Eigenwerte komplett reell bleiben, dann kann man alle Rechnungen in den reellen Zahlen machen, braucht also keine komplexen Zahlen. Das ist das Gute mit dem Beispiel jetzt. Gut, so, das dauert jetzt trotzdem, wenn wir alle Schritte machen wollen. Von daher versuche ich es jetzt etwas schneller aufzuschreiben. Eigenvektor zum Eigenwert 0, weil das ist unser Lambda 1. Ja, die Reihenfolge will ich jetzt mal behalten. So, das ist eine Aufgabe für euch. Was können wir machen? Eigenwert zum Eigenwert Lambda 1 gleich 0. Und den nennen wir x1. Sehr gut. 1, 0, minus 1 erfüllt es. Perfekt. Vielleicht soll ich das auch nochmal hier updaten, dass ihr die Matrix noch seht. Genau, 1, 0, minus 1 ist richtig. Ja, wir müssen auf jeden Fall das Vorzeichen ändern, damit wir hier auf die 0 kommen. Ja, also genau richtig. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Normierung. Und bei 1 und minus 1 drin seht ihr, wozu 2 ist genau die richtige Normierung. Das ist unser normierter Eigenvektor. Also ich schreibe hin, der ist normiert. Sehr schön. So, jetzt müssen wir ergänzen. Das heißt, wir müssen jetzt dieses y2 und y3 finden, sodass wir eine o und b haben. Okay, das können wir jetzt zusammen mal aufschreiben. Wir haben jetzt ein Matrix. Erster Eintrag, vielleicht brauche ich etwas mehr Platz. Machen wir mal. Erster Eintrag ist 1 durch Moze 2. Dann 0 und dann minus 1 durch Moze 2. Und jetzt können wir einfach ergänzen. So, eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir tauschen einfach das Vorzeichen aus hier unten. Weil dann sehen wir, die gleiche Zahl hebt sich halt mit Plus und Minus weg. Der ist auf jeden Fall orthogonal zu dem und normiert wegen den gleichen Zahlen. Also kein Problem. Und weil da eine 0 steht, sehen wir auch, wer noch orthogonal auf beiden steht, nämlich 0, 1, 0. Und der ist auch normiert. So. Ihr könnt natürlich auch das Kreuzprodukt von den beiden ausrechnen. Ja, dann kommt ihr auch auf den. Also, das ist jetzt euch überlassen, wie ihr das ergänzt. Da gibt es jetzt auch keine eindeutige Wahl. Aber bei so Zahlen kann man sich leicht überlegen. Was steht denn orthogonal? Und dann schreibt man die Zahlen hin. Genau. Das versuche ich jetzt einfach schnell so hinzuschreiben. Und dann machen wir mit dem nächsten Schritt direkt weiter. Okay, soweit klar. Ich sehe keine Fragen. Dann mache ich einfach mal weiter. Ihr unterbrecht mich wie immer, wenn es zu schnell wird. Ja, die Wahl hat Einfluss auf das, was man berechnet. Und am Ende wollen wir eine unitäre Matrix haben und eine oberrechte Dreiecksmatrix. Und ja, die Zahlen könnten sich unterscheiden, je nachdem, was man wählt. Das sollt ihr wissen, wenn ihr Ergebnisse vergleicht. Okay, machen wir mal U-Stern A, U1. U1-Stern A, U1. Das soll man ausrechnen. Wir wissen schon, was rauskommen sollte. Soll ich es hinschreiben? Ja, ich schreibe jetzt nicht die Rechnung hin. Das sind jetzt drei Matrizen, die ihr multiplizieren müsst. Ihr müsst U-Stern ausrechnen. Dann ändert sich halt die Matrix hier nochmal. Auch das ist nicht so schwer. Und dann multipliziert ihr alles. Da müssen wir ein bisschen mit Wurzeln rechnen. Ich überspringe das, weil wir wissen ja schon, was hier oben hinkommt. Nämlich der Eigenwert. Das ist also die Null. Also das ist Lambda 1 in unserem Fall. So, jetzt mache ich nochmal diese Blockstruktur. So, hier müssen auch Nullen hinkommen. Also, da müssen Nullen hinkommen. Hier muss immer Lambda 1 stehen. Das ist jetzt zufällig Null. Und ja, hier das muss man ausrechnen. Und dann kommt hier auch eine Null hin. Und da 1 durch Wurzel 2. Auch das kommt einfach raus. Hier kommt eine 2 raus. Hier kommt eine Null raus. Da kommt eine 1 raus. Und da kommt auch Minus 1 durch Wurzel 2 raus. So. So sieht es aus. Und das wäre dann unser A2. Okay. U1 haben wir ergänzt. Ja. Also, der war gegeben. Den haben wir uns überlegt. Das war X1. Und die haben wir uns überlegt. Die müssen orthogonal stehen. Autogonal und normiert. So, dass wir letztendlich eine O und B bekommen. Ja, wenn man das nicht direkt sieht, dann muss man vielleicht Grams-Schmidt machen mit Vektoren, die man sich überlegt. Dann geht es nicht anders. Aber wenn die Zahlen so leicht gewählt sind, dann überlegt man sich halt einen, der senkrecht steht. Und da macht man im schlimmsten Fall einfach noch das Kreuzprodukt von beiden. Ja, vielleicht noch zum Beispiel Kreuzprodukt von 2. Okay. So. Das geht ganz gut, wenn man 3 kurz 3 rechnet. Ansonsten, klar. So höher dimensional man ist, desto mehr muss man hinschreiben und desto schwieriger wird es auch. So. In Schritt 4 haben wir einfach gerechnet. U1 Stern, A, U1. Ja. Also einfach rechnen. Das ist jetzt eure Hausaufgabe. Rechnen. So. Jetzt sind wir eigentlich schon fertig, wenn wir jetzt hier das Ergebnis haben. Ihr seht, das hat schon diese R-Gestalt. Das ist jetzt Zufall. Ich würde sagen, das reicht uns aber noch nicht. Denn ich will eigentlich in einer Matrix, die Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 hier stehen hat. Und hier 1 und 2 sind vertauscht. Von daher nehme ich das jetzt als Begründung, nochmal den nächsten Schritt zu machen. Also nochmal mit A2 das Ganze durchzuziehen. Und dann rechnen wir das gleiche Prinzip nochmal aus. Aber mit einer Dimension weniger. Das wäre ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt schon aufhören würde. Weil dann überspringen wir ja gerade den Schritt, der hier als Loop drin steht. Also nehme nun A2 2 minus 1 durch 0 zum 2 0,1. Ja, weil die schon eine Dreiecksform ist, könnte man aufhören. Aber wir wollen ja noch die Reihenfolge hier ändern. Von daher machen wir weiter. So. Eigenwerte ausrechnen. Was sind die Eigenwerte? Das kriegt ihr hin. 2,1. Sehr gut. Ja, die müssen auf der Diagonalen stehen. Da gibt es keine andere Wahl. Und das wäre unser erster Schritt hier. Also nochmal mit A2 müssen wir alle Schritte machen. Eigenwerte sind Lambda 2 nennen wir es jetzt wirklich 1 und Lambda 3 ist unsere 2. Gut. Dann wieder Eigenvektor zu Lambda 2 gleich 1 und den könnt ihr nochmal euch überlegen. Was ist er? 0 und 1 der wäre zu Lambda 3. Ist es das? So fast, ja. Wir sind aber ist er das? 0,1 2,1 Jetzt bin ich verwirrt. Was will ich eigentlich? Ich will den zu 1 haben. Genau. Deswegen 0,1 würde nicht funktionieren, weil das kommt rein. Und 2,1 könnte funktionieren. Funktioniert der? 2,1 Nee. Der auch nicht. 1 Wurzel 2 Genau. Den hatte ich auch im Kopf. Der sollte funktionieren. 1 und Wurzel 2 denn der macht genau was man will. Der kürzt sich mit dem weg und da kommt die Wurzel 2 rein. Also der kommt nochmal raus. Ja, man kann es auch einfach ausrechnen, indem man jetzt den Kern ausrechnet. Aber ich wollte jetzt einfach auf einen Blick einen Vektor hinschreiben und der macht es auf jeden Fall. Okay. So. Das ist das gleiche wie 2 mal Wurzel 2. Genau. Und was ist L? L gleich 1. Das verstehe ich nicht ganz. Aber das ist erstmal der richtige Eigenvektor. Der muss nur noch normiert werden. Und das wäre jetzt hier in dem Fall 1 plus 2. Die Wurzel davon ist also 1 durch Wurzel 3. Okay. Gut. Das ist unser x2 und das tragen wir jetzt in unser u2 ein. Also u2 ist gleich. Das nochmal. So. Was haben wir da? Wir haben eine Matrix, die hier 1 durch Wurzel 3 hat. Sollen wir die überall hinschreiben? Ne, die ziehen wir mal nach vorne. Also machen wir mal 1 durch Wurzel 3 vorne hin. Hier haben wir 1 und Wurzel 2. Und jetzt brauchen wir einen Vektor, der orthogonal auf dem steht und auch normiert ist. So. Was können wir machen? Ein Vorzeichen umdrehen. Genau. Also wir ändern die Einträge. Wir schreiben also hier Wurzel 2 hin. Hier schreiben wir die 1 hin. Und dann bringen wir noch ein Vorzeichen rein. Also zum Beispiel hier minus 1. Ja. Perfekt. Das ist was man in R2 machen kann. Also auch das merken. Wenn man einen orthogonalen Vektor will, kann man genau das machen. Gut. Ja. Jetzt haben wir U2. Jetzt im vierten Schritt muss man nochmal rechnen. Auch die Rechnung im Anbetracht der Zeit werden wir die abkürzen. U2 Stern A2 U2 ist gleich. So. Jetzt nochmal U Stern ausrechnen. Ja. Mit A2 multiplizieren und alles zusammenpacken. Und was rauskommt, ist, wir wissen, da muss der 1 hin. Dann haben wir Blockstruktur. Hier muss eine 0 hin. Hier kommt irgendeine Zahl raus. Und das ist in dem Fall 1 durch Wurzel 2. Und hier kommt eine 2. Und wir wussten auch, dass das passieren muss, weil da muss der letzte Eigenwert erstehen. Okay. Und das nennen wir jetzt A3. Aber jetzt sind wir in unserem fünften Schritt Gott sei Dank fertig. Denn A3 hat jetzt wirklich die Dimension oder die Größe 1 kurz 1. So. Und als 1 kurz 1 Matrix ist alles gut. Das ist, was wir wollten. Also jetzt sind wir wirklich hier in unserem Rezept. Ich score mal kurz hier hoch. Fertig, ja? Weil jetzt ist die Matrix A wirklich in dem einfachsten Fall angekommen. Gut. Und jetzt können wir alles zusammensetzen. Ich bring das noch mal rüber. Und hier sehen wir alles. Jetzt hole ich hier noch mal hoch. Und ja. Jetzt können wir sagen, wissen wir schon, wie es ungefähr aussieht. Aber berechnen wir dann einfach. weil der Rest, naja, was hier rauskam, das ist schon mal ein Stück von R. Wir wissen noch nicht, was oben drüber steht. Die Zahlen müssen wir noch ausrechnen. Okay. Dann machen wir das erstmal. Schritt 6 sagt nun, U ist nichts anderes als, naja, das erste U. Das war diese Matrix mit den Wurzeln drin. 0 0 0 0 1 Schritt 4 kann man weglassen. In dem Fall weiß man ja schon, was rauskommt. Die Zahl weiß man nicht. Genau. Ja, also, wenn man weiß, dass man fertig ist, kann man Schritt 4 weglassen. im Allgemeinen natürlich nicht. So, da kommt noch eine andere Frage rein. Ja, jetzt habe ich es hier für mich, das war jetzt schon die, so, hier ist noch Wurzel 2 und hier ist eine 0. So, das ist das U1. Muss man immer den nächsten Eigenwert nehmen oder nur irgendeinen? Ja, muss nur irgendeinen nehmen, wenn man das Rezept jetzt so will. Ich sagte ja, ich will die aber geordnet haben in meiner R-Matrix am Ende. Also, abhängig davon, was man will. Wenn man einfach nur die Schulzellung will, dann ist es egal, welchen man nimmt. Ja, dann kannst du den einfachsten wählen oder der dir am besten gefällt und das kann einiges ändern, ja. Also, wenn du den falschen nimmst, kann die Aufgabe deutlich schwerer werden, als wenn du den anderen gewählt hättest. Darauf kann man achten, aber hier in dem Beispiel war es natürlich jetzt so, dass wir mal zwei Schritte machen mussten. Deswegen habe ich die so gewählt. Okay, jetzt rechnen wir nochmal 1 und jetzt kommt U2 hier unten hin. Also, U2 war das mit den Wurzel 3. Hier steht also Wurzel 2 Drittel, hier steht die Wurzel 2 Drittel und hier steht minus 1 durch Wurzel 3. Ja, ist jetzt ein bisschen groß geworden. Das ist aber U2 gewesen. Ja, wenn ihr nochmal hier rauslest, ah ja, das war 1 Drittel 1 durch Wurzel 3 hier reingeschrieben, da reingeschrieben, da reingeschrieben und da reingeschrieben, also genau das. Nochmal jetzt hier in der größeren 3 kurz 3 Matrix. Also, hier stehen Nullen. Gut, multiplizieren, dann kommt U raus und dann können wir nochmal R ausrechnen. Soll ich das Ergebnis hinschreiben? Ja, das kriegt ihr hin. Also, die Zahlen bitte ausrechnen. So, wenn ihr das habt, dann können wir auch R ausrechnen. Dann machen wir nämlich wieder U Stern AU und ja, jetzt kann ich es hinschreiben, da stehen hier die Nullen, die wir schon wussten. Das wussten wir auch schon, weil das war der letzte Schritt, den wir gemacht haben, den wir eben nicht übersprungen haben. Also, das kommt raus. Das Einzige, was wir nicht wissen, sind die Zahlen hier oben. Die müssten wir jetzt noch ausrechnen in dieser Matrix-Multiplikation. Also, auf die kann man sich dann fokussieren und dann sieht man minus 1 durch Wurzel 3 und 1 durch Wurzel 6 in dem Fall. Okay. Fragen. Das war das ganze Schwurbeispiel. Ihr seht, es gibt sehr viele Rechentritte, die man machen muss, aber letztendlich sind alle Schritte relativ einfach. Ja, man muss, was sie alle irgendwie machen, aber es gibt jetzt keine wirklich besonders schwierigen Schritte. Ja, aber es sind viele, das sehe ich ein. Deswegen, Schwurzel Lego müsst ihr mal gemacht haben und dann seht ihr auch, dass es funktioniert. Und ihr seht, ja, es ist zeitaufwendig, auf jeden Fall. Wir haben jetzt doch mehr Zeit investiert, als wir vielleicht wollten. aber ihr habt ein Beispiel gesehen und ihr wolltet es ja auch, ja. Bei der Aufgabe der Hausaufgabe ist es nicht einfach, genau, aber da kann man natürlich viel lernen bei der Aufgabe. Ja, klar, das dauert. Das ist wirklich eine lange Aufgabe, aber ihr habt jetzt ja gesehen, wie es funktioniert und dann müsst ihr halt die Sachen ordentlich aufschreiben, am besten immer wieder kontrollieren, vielleicht macht ihr es zusammen und dann kommt am Ende auch das Richtige raus. Ja, also nutzt die Hausaufgabe, um das zu üben, auf jeden Fall. Und, klar, in der Klausur, wenn ihr es per Hand rechnet, dann seht ihr, 3 x 3 ist vielleicht schon das Größte, was man erwarten kann. Nicht aufgeben, ja, immer weitermachen. Es ist, es ist, wie gesagt, es sind nur viele Rechenschritte. Okay, gibt es noch Fragen zur Schulzerlegung? Keine Fragen? Na, ich sehe keine Fragen, dann machen wir weiter mit der Jordan-Normalform. Die wolltet ihr auf jeden Fall und die ist auch wichtig. Die machen wir auch in der Vorlesung noch mehrmals und noch ausführlicher. Und ihr werdet auch sehen, in Mathe 3 braucht ihr sie auf jeden Fall nochmal. Also, die wird auch wiederkehren. Und, ja, viele Sachen kehren wieder, wo gemerkt, aber hier, das kehrt sehr schnell wieder. Von daher, solltet ihr es jetzt, ja, vielleicht ordentlich verstehen oder jetzt die Fragen stellen, was ihr noch nicht verstanden habt. Auch vielleicht nochmal hier hinschreiben, was gegeben ist und was wir finden wollen. Also, gegeben. Ich weiß nicht, wer Mathe 3 macht, das tut mir leid. Das sollte aber schon feststehen. Das heißt, U-Stern ist einfach Zeilen und Spalten tauschen. Ja, U-Stern ist die Transponierte in dem Fall. U-Stern ist im Allgemeinen die Adjungierte, also Transponieren und Komplex konjugieren. Aber wenn wir reell rechnen, ist es natürlich nur die Transponierte. Und wie man die ausrechnet, haben wir ja schon in L1 gelernt. Das heißt, Zeilen und Spalten tauschen kriegt ihr hin. Okay, so, also hier haben wir jetzt die Matrix A als quadratische Matrix gegeben. Ja, das ist wichtig. Wir brauchen eine quadratische und wir betrachten sie über C. So, warum ist das über C so schön? Denn über C existiert immer eine Jordan-Normalform. Also, ich schreibe es nochmal hin. Über C existiert immer eine Jordan-Normalform. Wer will was sagen? Frederik? Ansonsten, wenn du nichts sagen willst, musst du das Mikro ausmachen. Gut, so. Aber es ist natürlich erlaubt. Ihr könnt einfach mir hier reinreden, wenn ihr was Sinnvolles zu sagen habt oder was zu fragen habt. So, aber den Satz habe ich jetzt noch hingeschrieben. Der ist wichtig. Wir machen das über C, weil über C existiert immer eine Jordan-Normalform. Das bedeutet, wenn ihr nur mit reellen Zahlen rechnen wollt, habt ihr unter Umständen das Problem, dass die Jordan-Normalform nicht existiert. Ne, alles gut, kein Problem. Also, das kann passieren, deswegen machen wir alles über C. Selbst wenn die Matrix komplett reellwertige Einträge hat, kann es ja sein, dass die Eigenwerte komplexwertig sind, also echt komplexwertig. Und das heißt, wir rechnen dann trotzdem über C und bekommen dann halt eine Jordan-Normalform über C heraus. So, also das zu merken, bitte. Und jetzt wollen wir finden, eine, naja, wie ich schon gesagt habe, diese Diagonalisierbarkeit wird hiermit verallgemeinert. Und der Satz sagt es ja schon hier, es existiert immer eine Jordan-Normalform. Diagonalisieren geht nicht immer, wenn es nicht geht, können wir aber die Jordan-Normalform als Ersatz wählen. So, also wir wählen eine invertierbare Matrix X und ein J, auch quadratisch, gleiche Größe und, ja, ich schalte es mal hin, das ist eine Dreiecksmatrix, obere Dreiecksmatrix und und plus mehr. Ja, also wir wollen noch mehr als nur die obere Dreiecksmatrix. Aber erst mal, das ist die Vorstellung. Wir haben eine Dreiecksmatrix und wir können damit A als X, J, X inverse schreiben, wie beim Diagonalisieren. Und das ist jetzt auch die Idee, wenn es diagonalisierbar ist, dann muss zwangsläufig das J eine Diagonalmatrix sein. Also wenn A diagonalisierbar ist, dann ist J auch diagonal. Okay. Soweit Fragen? Geht das in beide Richtungen? Im Prinzip schon, ja, wenn wir die Orte normal vom Ausrechnen und sie diagonal, da steht hier, was diagonalisierbar bedeutet, ja, klar. Also nur die eine Richtung ist jetzt, was ich sagen wollte, weil das andere ist, klar. Aber du hast recht, gilt in beide Richtungen. Okay. Machen wir mal ein Beispiel für die Form, weil ich habe bisher nur gesagt, das Dreiecksmatrix mit mehr und jetzt, habt ihr jetzt in der Vorlesung wahrscheinlich schon gelernt, wie die Form genau aussieht und ich glaube, es ist am hilfreichsten, wenn man sich einfach mal ein Beispiel anschaut für diese Form. Also Beispiel für die Form von J. Nehmen wir mal was Großes. Nehmen wir mal A, als 9x9-Matrix mit den Eigenwerten und ich versuche das mal ordentlich aufzuschreiben, Menge von 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 und 4, 4. So. Warum will ich das so machen? Weil ich die algebraischen Vielfachheiten hier schon hinschreiben will. Also Eigenwert 2 soll jetzt die algebraische Vielfachheit 3 haben, Eigenwert 3 soll die algebraische Vielfachheit 4 haben und 4 soll die algebraische Vielfachheit 2 haben. Also ich schreibe einfach Alpha für die algebraische Vielfachheit. Nochmal zur Erinnerung, algebraische Vielfachheit bedeutet, wie oft kommt die Nullstelle im Charakteristischen Polynom vor. Ja, also ein Eigenwert ist eine Nullstelle im Charakteristischen Polynom und wie oft kommt die Erzfaktor dort vor. Ja, das ist in dieser Linearfaktorzerlegung. Also das kennt ihr schon, haben wir beim Diagonalisieren oft genug gemacht. So, jetzt ist die Form von J aber auf folgende Art und Weise gegeben. Jetzt brauche ich viel Platz. Machen wir mal eine große Matrix hier. J hier hin. So, ja. Auf der Diagonalen müssen die Eigenwerte stehen mit ihren Vielfachheiten. Ja, das ist gegeben, weil wir eine Dreiecksmatrix haben. Da gibt es gar keine andere Wahl. So, also wir haben da 2, 2, 2 und wir ordnen es am besten schon nach der Größe 3, 3 und hier steht noch 4, 4. Okay. Nun als nächstes sagen wir, wir haben diese Jordan-Blöcke. So, das mache ich jetzt auch mal in ein paar Farben. Hier, das ist der erste Jordan-Block. Der hat nämlich die Eigenwerte 2. Das hier ist der nächste Jordan-Block für die 3 und hier unten haben wir noch den kleinsten für die 4. So, das sind die Jordan-Blöcke. Die haben jetzt ihre Namen. Schreiben wir es mal nebendran. Jordan-Blöcke. Und ja, die können wir jetzt J1, J2, J3 nennen, wenn wir wollen. Ja, also das ist der eine, das wird der nächste sein. Und das hier ist der kleine. So, das heißt, wenn wir die Eigenwerte durchnummerieren, können wir auch die Jordan-Blöcke durchnummerieren. So, das heißt, das solltet ihr euch merken, auf der Jordan-Normalform, auf der Diagonalen stehen die Jordan-Blöcke und die gehören zu den Eigenwerten selbst. Und jetzt innerhalb von den Jordan-Blöcken existieren noch sogenannte Jordan-Kästchen und die sehen so aus. Vielleicht mache ich noch ein anderes Bild. Also auch das kopiere ich nochmal rüber. So, machen wir mal hier komplett Platz. Das ist alles links. So, die Größe von den Jordan-Blöcken ist festgelegt durch die algebraische Vielfachheit. Das schreibe ich jetzt mal hin. Also wir haben jetzt diese drei, weil wir drei Eigenwerte haben, aber die Größe ist durch die algebraische Vielfachheit festgelegt. So, also Größe der Jordan-Blöcke. Größe der Jordan-Blöcke. So, ja, die Jordan-Blöcke sind durch die algebraische Vielfachheit in der Größe festgelegt, aber nicht, was im Inneren passiert. Im Inneren passiert nämlich das, was wir die Jordan-Kästchen nennen. Auch das schreibe ich nochmal hin. In jedem Jordan-Block gibt es die Jordan-Kästchen. So, und die haben eine Anzahl. So, und die Anzahl dieser Kästchen ist durch die geometrische Vielfachheit des Eigenwerts festgelegt. Also, da kommt die algebraische rein und hier kommt die geometrische rein. Auch nochmal hier richtig. Anzahl durch die geometrische Vielfachheit festgelegt. So, Jordan-Kästchen sieht wie folgt aus. Auch da kann ich es nochmal ordentlich aufmalen. Nehmen wir zum Beispiel unseren grünen Block von links. Also, der grüne sah ja so aus. Dort haben wir 3, 3, 3, 3. Ja, also 4, 3 in drin. Und jetzt, wenn er die geometrische Vielfachheit 2 hat, dann gibt es genau 2 Kästchen in dem. Also, das hier wäre ein Kästchen und das wäre ein kleines Kästchen. So, das Wichtige ist, über der Diagonalen, der Hauptdiagonalen, in den Kästchen stehen 1. Also, hier müssten 2 Einsen stehen. Der ist nur 1 kurz 1 groß. Deswegen gibt es da keine 1 drin. Ja, vielleicht schieben wir den mal noch zentral da rein. Ja, also, das ist 1 kurz 1. Das ist 3 kurz 3. Deswegen müssen da 2 Einsen über der Hauptdiagonalen stehen. So, das bitte merken. In den Jordan-Kästchen steht über den Hauptdiagonalen 1. Vielleicht schreibe ich das nochmal als Merksatz auf. Ah, jetzt geht der Stift wieder. So, also, merke. Im Jordan-Kästchen stehen Einsen. Stehen Einsen. Die Frage ist, warum stehen da nur 2 Einsen? Ja, mehr Platz gibt es ja nicht. Stehen Einsen über der Hauptdiagonalen. So, das heißt, wenn ihr eine Diagonale habt mit den 3 Dreien, dann ist der Platz oben drüber. Ja, genau 2 Plätze für die Einsen. Ja, da gibt es keinen Platz drüber. So, die nächste Frage ist, muss das große Kästchen oben stehen? Das muss nicht so sein. Wir machen es aber so. Ja, wir haben die Konvention. Das steht auch im Skript so. Ja, das kann ich vielleicht hier mal aufmachen. Wenn ihr im Skript runterscrollt zu Jordan-Normalform, dann gibt es hier Konvention. Wir ordnen die Jordan-Kästchen innerhalb eines Jordan-Blocks von groß nach klein. Das heißt, wir machen das. Das heißt nicht, dass das jeder so macht. Und das ist auch das Problem. Andere machen es vielleicht anders. Aber wir machen es so, und dann können wir besser drüber reden. Also, wenn es verschiedene Größen gibt, dann ordnen wir sie der Größe nach. Genau, wir könnten auch verschiedene Größen haben. Und das ist genau das, was jetzt hier auch steht. Die Anzahl, sagt die geometrische Vielfalt. Wie groß die Kästchen sind, wissen wir noch nicht. So, und wie man die Größe findet, das mache ich jetzt vielleicht nochmal mit einem kurzen Rezept. Und dann machen wir noch ein Beispiel. Und dann habe ich auch nur ganz wenig überzogen. Aber ein bisschen überziehen werde ich wahrscheinlich wieder. Dass sie darüber stehen, die Einsen und nicht drunter, ist auch Konvention. Beziehungsweise, das ist in unserer Definition. Man könnte sich eine andere Definition treffen, aber, sagen wir, die meisten treffen die Konvention, dass die Einsen über der Diagonale stehen und nicht drunter. Also eine oberrechte Dreiecks, Martix, anstatt eine untere. Ja, also das ist weniger Konvention, das ist einfach in unserer Definition drin. Und deswegen bitte nicht verwechseln, ja. Wir sagen, die Oral-Normalformen mit Einsen über der Diagonalen und das machen die meisten so. Okay, Rezept, finde die Oral-Normalformen J. So, J. Erster Schritt ist, berechne die Eigenwerte von der Martix selbst. Also berechne Eigenwerte. Und die sollen paarweise verschieden sein, das heißt, das ist Lambda 1 bis Lambda R. Also muss nicht N sein, weil wir wählen, die paarweise verschieden, aber die können komplexwertig sein. Ja, ich sage wieder, paarweise verschieden, alle sind verschieden. Das ist, was das bedeutet. Okay, und dann haben wir wieder einen Loop und den schreibe ich nochmal hin. Für I von 1 bis zu diesem R machen wir nämlich folgendes, Schritt 2 bis Schritt 3 und zwar bestimmen wir erst die Vielfachheiten, die Algebraische und die Geometrische. Also Alpha, Lambda I und Gamma, Lambda I. Was wissen wir dann? Naja, vielleicht schreibe ich das nochmal in die Zeile drunter. Wir wissen dann, wie groß die Jordan-Blöcke sind durch die Alphas. Wir wissen auch, wie viele Kästchen in dem Jordan-Block sind durch die Gammas. Wenn das schon ausreicht, dann sind wir fertig. Hier habt ihr gesehen, das reicht nicht. Nur durch die Anzahl wissen wir dann nicht, wie groß die Kästchen sind. Aber bei dem hier, 3 kurz 3, da ist es klar, wenn es 2 gibt, dann liegt es fest. Ja, wenn es nur einer gibt, liegt es fest und wenn es 3 gibt, liegt es auch fest. Das heißt, wenn der Block klein genug ist, dann hat man kein Problem. Wenn er groß ist, hat man unter Umständen ein Problem. Und dann muss man noch einen dritten Schritt machen. So, was der dritte Schritt ist, ist hier vielleicht ganz klar. Wenn ihr seht, das ist die Dimension von dem Kern von A minus Lambda I. So, die Dimension müssen wir ausrechnen für die geometrische Vielfachheit. So, und jetzt geht es im dritten Schritt um die sogenannten Haupträume, weil das ist der Eigenraum zu dem Eigenwert. Wenn der nicht reicht für die Oral-Normalform, was jetzt in dem Fall ja so war, also in dem Fall, in der kurzen Skizze, die ich getroffen habe, äh, wo haben wir es? So, in dem Fall war es ja so. Da müssen wir noch mehr rechnen. So, und deswegen schreibe ich jetzt mal hin, wenn nötig und wenn nötig heißt, wie wir rechnen, wenn das noch nicht ausreicht, noch weitere Dimensionen. Und das sind die, ja, höherdimensionalen Kerne, die höheren Potenzen der Kerne, wie man es nennen will. Allgemein würden wir es die Haupträume nennen. Also das ist Lambda I. I. Ah, hier fehlt natürlich ein I. Ja, also die Identität. Ja, man quadriert nicht das A. Also nicht verwechseln. Wir quadrieren A minus den Eigenwert auf der Diagonalen. Also hier steht wirklich Lambda I auf der Diagonalen. Deswegen die Einheitsmatrix. Und die quadrieren wir und dann berechnen wir davon den Kern. Und so weiter und so weiter. Also, was nötig ist. Also auch A minus Lambda I I hoch 3 und davon die Dimension. Genau. Ja, aber nicht verwechseln. Das verwechseln ab und zu manche, was man quadriert. Wir quadrieren nicht A, ja, sondern die Matrix, die uns gegeben ist durch den Eigenraum, also wo wir wirklich auf der Diagonalen den Eigenwert abziehen. So, wir machen das so lange, bis die Dimension, die wir hier ausrechnen, gleich der algebraischen Vielfalt ist. Ja, irgendwann ist das erreicht. Das haben wir in der Vorlesung bewiesen, beziehungsweise wir haben es genau besprochen dort. Da könnt ihr nochmal nachschauen, warum das so ist. Aber wir wissen, dass es so, dass es dort enden wird. Irgendwann ist die algebraische Vielfalt erreicht. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir fertig. Dann haben wir alle Informationen. Gut, und dann sagen wir, wir machen hier wieder weiter mit den restlichen Is. Okay, so, jetzt ist die Zeit eigentlich um. Von daher würde ich sagen, mache ich jetzt noch schnell ein Beispiel. Und ihr stellt im Chat die Fragen, die noch offen sind. Okay, soweit klar. Sonst bitte direkt fragen. Sonst geht das jetzt noch unter. Irgendwie mein Stift will nicht mehr so richtig schreiben. Okay, soweit klar. Das ist schon mal eine gute Rückmeldung. Ja, und es sind ja noch ein paar Leute da. Das heißt, das Beispiel kriegen wir noch zusammen hin. Also, wenn ihr noch ein Beispiel sehen wollt. Wenn jetzt sowieso jetzt direkt alles schon klar ist, dann können wir auch das Beispiel weglassen. Die Rückmeldung könnt ihr mir geben, ja. Also, wenn die oder normal vom Einfachen ist, dann können wir das Beispiel ja auch mitlassen. Ja, ich denke auch. Beispiele sind immer gut. Genau. Okay, dann schreibe ich jetzt mal eine Matrix hin. Und ihr sagt mir Bescheid, wann ich aufhören kann, die Zahlen hinzumalen. So, 0, 0, 0, 2, 0. Also, ich will es groß genug wählen, damit wir überhaupt was machen müssen. Denn wenn die Matrix zu klein ist, dann ist halt alles schon nach dem zweiten Schritt festgelegt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wirklich einen allgemeinen Fall mal machen. Okay, erster Schritt. Eigenwerte ausrechnen. Eigenwerte heißt, Charakteristisch-Polynomen. Lambda mal Identität. Das ist was. Ja, das lasse ich euch jetzt mal. 2, 2, 2. Genau. Die Eigenwerte sind alle 2. Und ihr habt sie 5 mal hingeschrieben. Ja, das ist perfekt. Ja, genau so will ich das. Ja, sehr gut. Also, wir haben hier 2 minus Lambda hoch 5. Also, wir haben nur einen Eigenwert, aber mit algebraischer Vielfalt 5. Also, wir müssen keinen Loop machen über alle, weil wir nur einen Block haben. Aber in einem Block müssen wir jetzt die Rechnung machen. Okay. Zweiter Schritt sagte Vielfalt. Was ist neben der algebraischen Vielfalt noch zu berechnen? Naja, die geometrische, das heißt, der Kern von A minus Lambda 1 I. Okay. Kern von dieser Matrix. Soll ich sie noch mal hinschreiben? Ja, wahrscheinlich muss ich sie noch mal hinschreiben. Machen wir es ganz schnell. Wir ziehen die 2 auf der Diagonalen ab. Also, hier steht eine 0. Und die anderen Zahlen bleiben unberührt. Und hier steht noch eine 0. Die anderen Zahlen machen gar nichts. So, hier steht noch eine 0. Das ist also alles ganz schön. Und hier steht noch eine 0. Und hier ganz unten steht noch eine 0. So. Ja, die Klammer ist nicht so schön, aber sonst erkennt ihr es. Ja, ist ein bisschen verrutscht vielleicht. Aber das ist der Kern, den wir ausrechnen wollen. Und ihr seht direkt, ach, die fallen weg. Die 2, die wir sie voneinander abziehen. Den Gauss-Schritt können wir also machen. Dann steht hier auch 2 0. Und dann seht ihr, wir haben hier ein Pivot-Element und hier ein Pivot-Element. Oder in anderen Worten, 1, 2, 3 Spalten, die für die freien Variablen stehen. Und damit wissen wir die Dimension. Ja, Gamma von Lambda 1 ist jetzt was? 3, sehr gut. Sehr schön, ihr seid noch dabei. Was heißt das? Wie viele Kästchen haben wir jetzt im Jordan-Block? Ja, auch 3. So, und jetzt seht ihr, wir haben zwei Möglichkeiten nach der Information. Also, wir müssen weitermachen. Weil wir zwei Möglichkeiten haben und wir wissen nicht, welche wirklich realisiert ist. So, ich mache jetzt mal ganz schnell skizzenhaft hin. 2, 2, 2, 2, 2. Und den nochmal kopiert. So, jetzt können wir innerhalb von dem Block, können wir sagen, wir haben drei Kästchen. Das kann jetzt hier ein großer sein. Und die zwei kleinen. Oder es sind zwei mittlere. Und ein kleiner. Genau. Die Aufteilung gibt es. Beide sind möglich. Also, das da oder das da. Und die sind verschieden. Wie hat man die drei ablesen können? Ja, die drei, drei freie Variablen. Das ist die Dimension des Kerns. Ja, die Dimension ist durch die freien Variablen gegeben. Gut, und dann wissen wir, geometrische Vielverhalt sagt die Anzahl der Jordan-Kästchen in dem Block. So, und jetzt haben wir die zwei Möglichkeiten, die unterschiedlich sind. Weil die nicht einfach nur Reihenvertauschung sind, sondern die sind verschieden groß. So, das heißt, da müssen wir auf die Haupträume gehen. Also, Schritt drei. Haupträume. Okay. Auch das, ich versuche es schnell zu machen. Wir haben den Kern von a-Lambda 1i und jetzt Quadrat. So, was müssen wir quadrieren? Die Matrix, die hier steht, ist falsch. Die quadrieren wir nicht, weil da haben wir schon Gauss-Schritte gemacht. Ja, wir müssen nochmal die Original-Matrix nehmen und die quadrieren. So, und die Original-Matrix, ja, ich kann es jetzt einfach hier auskopieren und nochmal passend ändern. Ähm, die war zwar nicht die schönste Matrix, die ich je aufgemalt habe, aber sagen wir mal so, die tut es jetzt auch noch. Also, die Fivoli-Mente brauchen wir jetzt gerade nicht. So, wir haben hier eine 1, dort haben wir die 7 und hier hatten wir auch 7 und 5. So, das ist die Matrix a-Lambda 1 auf der Diagonalen 2 abgezogen. Okay, und die müssen wir quadrieren. So, und wenn ihr die quadriert, das könnt ihr schnell nachrechnen, das ist wirklich einfach in dem Fall, dann haben wir die Null-Matrix. Also, genug Nullen. Äh, soll ich alle mal hinmalen? Ne, ich mach das jetzt so, wie ich es die ganze Zeit schon mach. Ich kopier mir hier alles hin, wie ich es will. Ähm, so, 0, 0, 0, 0 und 0. So. Okay, das seht ihr direkt. Ja, also einfach nur multiplizieren und ihr seht, ach, da kommen über Nullen hin. Ähm, Frage an euch, was ist jetzt die Dimension, die wir brauchen? 5, sehr gut. Ja, perfekt. Die Dimension, die uns interessiert, die Dimension von Kern von a-Lambda 1i ist gleich 5. Und das ist die algebraische Vielfalt von Lambda 1. Das, was wir wollten. Wir sind also fertig. Okay. Jetzt können wir die Jordan-Ketten aufmalen. Einfach nur, um eine Anschauung zu kriegen, was hier eigentlich passiert ist. Wir haben jetzt alle Informationen. Jetzt müssen wir nur noch die zusammenpacken, um zu entscheiden, welche von unseren zwei Möglichkeiten jetzt realisiert ist. Ja, um das hinzukriegen, malt man die Jordan-Ketten auf. So. Es geht nur 2, 2, 1. Genau. Und das sieht man am besten, indem man die Jordan-Ketten aufmalt. Die Jordan-Ketten machen jetzt das, was wir ausgerichtet haben, nochmal in ein Bild. Also da kommt keine neue Information rein. Wir visualisieren es nur. Indem man die Etagen aufmalt, die man verwendet hat. Die erste Etage ist der Kern hoch 1, also der Eigenraum. Der hatte Dimension 3. So, malen wir mal 3 Punkte hier hin. Dim beim Quadrat. Ja, vielen Dank. Das war jetzt alles zu schnell bei mir. Da muss natürlich ein Quadrat hin. Danke. Genau. So, das war die erste Etage. Die hatte 3 als Dimension. Die zweite Etage, wie wir gerade ausgerechnet haben, hat 5 als Dimension. Aber jetzt ganz wichtig, uns interessiert nur die Dimensionen, die dazu kamen. Weil die 3 waren ja schon in der ersten Etage. Neu dazu kamen also genau 2. Ja, insgesamt 5. Also genau 2 kamen dazu und die malen wir auch noch als Punkte rein. So, und die dritte Etage hatte nichts. Weil die dritte Etage haben wir nicht ausgerechnet, aber wir wussten schon, da kommt wieder 5 raus. Die bekommt also nichts Neues hinzu. Also das sind alle Punkte und das könnt ihr nochmal nachzählen. In der Summe müssen die Punkte genau die algebraische Vielfalt sein. Und das ist 5 in dem Fall. Gut, jetzt könnt ihr die noch verbinden. Das sind die Jordan-Ketten. Und die Jordan-Ketten von der Größe geben uns genau die Jordan-Kästchen. Also das ist ein Kasten mit 2. Das ist der andere Kasten mit 2. Der sieht nicht schön aus. So. Warum ist der nicht so schön? So. Und das ist der andere mit einem. Ja, die Jordan-Ketten visualisieren nochmal die Jordan-Kästchen. Dass man die Jordan-Ketten aber noch braucht für diese Transformationsmatrix X, das machen wir wirklich beim nächsten Mal. Weil, ihr seht, es bleibt keine Zeit dafür übrig. Und das wussten wir ja schon. Aber wir haben genug Zeit in der letzten Hörsaalübung, das nochmal explizit zu machen. Dann mahlt man das Bild auch auf und dann sieht man, hier braucht man einen Vektor, der zu dem Vektor gehört und hier braucht man einen Vektor, der zu dem Vektor gehört. Die hängen also in einer Kette zusammen. Aber das braucht man hier nicht, weil man uns nur für die Dimensionen interessiert. Also wenn man nur J will und nicht X, dann reicht genau das, was wir gemacht haben. Ja, und jetzt wissen wir, wir haben hier 2, 2, 1 als Block. 2, 2, 1 und hier die 2. Oder anders gesagt, wir haben diesen ganzen Jordan-Block, nämlich nur einen und innerhalb von dem Jordan-Block haben wir nochmal die Kästchen. So, wir schließen das jetzt ab mit dem ordentlichen Reihenzeichen von den Kästchen. Das ist ein Kästchen, das ist das andere Kästchen. 2, 2 und das ist das 1, 1 Kästchen. Damit ist die Jordan-Normalform festgelegt, Jordan-Blöcke sind festgelegt und innerhalb der Jordan-Blöcke auch die Kästchen. Gut, das ist jetzt im Schnelldurchlauf. Gibt es noch Fragen bis hierhin? Ja, ich sehe keine Fragen. Ansonsten schreibt es einfach noch rein. Für die Klausur ist beides wichtig. Das kann ich euch sagen. Alles, was wir gemacht haben, ist wichtig für die Klausur. Und ja, Jordan-Normalform könnt ihr doch auch nochmal üben. Das Rezept habe ich euch quasi gegeben, aber das müsst ihr jetzt nochmal in einem Beispiel anwenden, um damit irgendwie klar zu kommen. Ihr seht, es ist einfach nur Dimensionen ausrichten, wenn uns die Jordan-Normalform interessiert. Wenn uns auch x interessiert, dann interessiert uns auch der Kern selbst. Also der Kern, der Kern und so weiter. Nicht nur die Dimensionen. Aber ihr seht, das ist nur ein Schritt mehr. Anstatt die Pivot-Elemente auszulesen, berechnet man den ganzen Kern. Auch das könnt ihr schon und können wir gerne beim nächsten Mal nochmal genauer besprechen. Okay. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich euch fürs Dasein und dann gerne bis zum nächsten Mal. Oder Dennis, habe ich noch was übersehen? Oh, ich glaube nicht. Also ich habe auch nichts mehr gesehen. Okay. Das freut mich. Gut, dann vielen Dank und bis bald. Tschüss.